Als Maßnahme auf die Weltwirtschaftskrise seit 1929 wurde unter US-Präsident Roosevelt eine Serie von Wirtschafts- und Sozialreformen unter dem Namen New Deal durchgesetzt. Dies geschah in den Jahren 1933 bis 1938 und es wurde unter anderem mit der präsidialen Verfügung Executive Order 6102 im April 1933 der private Goldbesitz in den USA verboten. Doch wurde wirklich alles private Gold verboten und was können wir aus diesem historischen Goldverbot lernen, das schließlich für 41 Jahre Bestand hatte, bis es unter US-Präsident Ford im Dezember 1974 mit der Executive Order 11825 aufgehoben wurde. Nach einem kurzen Intro geht es weiter. Hallo, schön, dass ihr drangeblieben seid. Während des privaten Goldbesitzverbotes in den USA von 1933 bis 1974 gab es einige Ausnahmen. Unter anderem war die Menge an Gold, die für den rechtmäßigen Gebrauch in Industrieberuf oder Kunst erforderlich ist, erlaubt. Ebenso unter anderem Goldmünzen in einer Höhe von insgesamt maximal 100 Dollar pro Person und auch Goldmünzen, die für Sammler seltener und ungewöhnlicher Münzen einen anerkannten, besonderen Wert haben. Demnach wäre man beispielsweise mit dem halbantiken, in relativ hohen Auflagen geprägten Schweizer Goldfreneli auf der sicheren Seite gewesen. Erwähnenswert ist, dass im Oktober 1936 auch im Dritten Reich vom zuständigen Minister Göring die Ablieferung von gemünztem und ungemünztem Gold gegen Bezahlung verordnet wurde, nicht aber die Herausgabe von Schmuck. Noch im Ersten Weltkrieg war es jedoch so, dass die Regierung dazu aufrief, freiwillig Gold für Eisen abzuliefern, weil das Volk im Gegenzug für sein Gold Eisenschmuck erhielt. Tatsächlich war der deutsche Patriotismus noch 1914 so stark, dass viele Deutsche dem Aufruf der Regierung folgten und ihre Goldmünzen und ihren Goldschmuck einlieferten. Hingegen wurde 1936 nur ein geringer Goldteil vom deutschen Volk abgegeben und inwieweit heute noch von einem deutschen Patriotismus gesprochen werden kann, sodass das deutsche Volk bereitwillig sein Vermögen an die Regierung abgibt, das ist eine Suggestivfrage. Nicht von ungefähr ist nach dem Zweiten Weltkrieg eine Enteignung des deutschen Volkes zum Wohle der Allgemeinheit gesetzlich festgelegt worden. Es sei am Rande eine kurze Geschichte aus meiner Heimat Viersen am Niederrhein erwähnt, wo der Bismarckturm seit der Zeit um 1900 ein Wahrzeichen der Stadt ist. Seinerzeit wurde der Bau dieses Denkmals von patriotisch eingestellten Viersener Bürgern angeregt und Spenden gesammelt. Der patriotische Einfluss war derart stark, dass unter anderem ein kritischer Pfarrer sogar von seinem Amt als Schulinspektor suspendiert wurde. Und an der Grundsteinlegung nahmen mehrere tausend Menschen teil und um 1900 zählte Viersen gerade einmal 25.000 Einwohner. Aber zurück zum Thema. Wir können aufgrund der historischen Tatsachen konstatieren, dass ein nationales Goldverbot heute kaum noch eine Wirkung hätte, weil vor allem die Zollfreilager und die international verflochtenen Finanzmärkte einen nationalen Alleingang ad absurdum führen würden. Es wurde einfach allerorts erkannt, dass sich ein Markt für Edelmetalle eben nie wirklich verbieten und abschaffen lässt, weil er immer legitim ist. Und im Zweifelsfall erwirbt man physische Edelmetalle ganz einfach anonym, solange das noch möglich ist. Denn insofern beispielsweise Gold und Silber anonym erworben wurden, hinterlassen sie keine Spuren nach finanziellen Transaktionen. Besonders Gold, von dem niemand weiß, lässt einen ruhig schlafen. Worauf es bei Edelmetallen als Wertanlage noch ankommt, das erfahrt ihr ausführlich in meinem Buch Das Abenteuer Edelmetalle. Und wenn ihr allgemein noch mehr Videos über Edelmetalle wie auch Finanzen sehen möchtet und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal und gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in jedem Fall sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute und ein tolles Wochenende. Auf bald! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.